Hallo, mein Name ist Markus, willkommen auf dem Kanal von HODLcore und für Altcoins, Tokens und auch für den Bitcoin war 2018 alles andere als ein gutes Jahr. Bis zu 90% sind manche Projekte abgestürzt im Preis. Dass das nicht ohne Folgen bleiben kann, hat auch die Plattform Steemit nun getroffen bzw. bemerken müssen. Was genau passiert ist, das besprechen wir im heutigen Video. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleibe dran, es wird wieder spannend. Der Bärenmarkt 2018 findet einfach kein Ende. Vielleicht befinden wir uns gerade jetzt auf einem Plateau. Eventuell werden die Preise nochmal auf ungefähr 3000 US-Dollar für den Bitcoin fallen. Wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Die sehr schlechte Marktsituation hat dazu geführt, dass viele Krypto-Projekte eingestellt werden mussten oder finanzielle Schwierigkeiten hatten. Vor ein paar Tagen hat es nun auch Steemit getroffen. Steemit ist eine dezentralisierte Plattform, die Apps anbietet. Zum Beispiel eben hier Steemit an sich, ein Blog oder eine YouTube-Alternative genannt Dtube. Diese Sachen müssen finanziert und am Laufen gehalten werden. Der Vorteil eben zum Beispiel hier von Dtube ist, dass es dezentral ist und man selbst Herr über seine Daten ist. Das heißt, keine dritte Partei kann hier eine Zensur durchführen. Schauen wir uns doch mal erstmal Steemit im Allgemeinen an. Wir haben hier, du siehst hier schon, wir haben hier Steam und Steam-Dollar. Wir schauen uns einfach mal Steam an. Wir haben hier diesen All-Time-Chart. Du siehst hier selbstverständlich das All-Time-High, wie wir es hatten. Hier noch im Januar 2018 der Preis pro Steam lag ungefähr bei 6 US-Dollar 50 Cent. Wir sind jetzt bei 40 Cent. Dass das nicht ohne Folgen bleiben kann, wenn ein Unternehmen einen Teil seines Kapitals eben durch den eigenen Token oder durch die eigene Kryptowährung finanziert. Das hat jetzt auch Steam getroffen. Und der CEO, wir sehen ihn hier unten vielleicht noch mal ein bisschen besser, musste jetzt ein Video veröffentlichen, beziehungsweise hier diese Blog-Nachricht, der gute Ned Scott. Und musste ein paar Dinge ankündigen. Unter anderem spricht er hier in diesem Blog-Beitrag davon, dass sie hier strukturelle Reorganisationen durchführen müssen. Also Neustrukturierungen. Wer nur einmal in den Medien Neustrukturierungen gehört hat, weiß genau, was eben auf dem Fuß folgt. Es müssen Kosten eingespart werden. Und das einfachste in Anführungsstrichen, um Kosten einzusparen, ist es, Mitarbeiter zu entlassen. Und genau das musste Steemit jetzt auch machen. Ganze 70% des Mitarbeiterstabes mussten gehen. Das heißt, nur noch 30% quasi der harte Kern hält Steemit aktuell am Leben. Net berichtet hier auch noch, dass Steemit ein privates Unternehmen ist. Das heißt, es ist privat geführt und eben alle Kosten werden privat gestemmt. Zudem nutzt das Unternehmen eigene Ressourcen, also eigene Entwickler, um die Steemit-Plattform eben weiterzubringen, neue Updates zu fahren, Bugs zu schließen oder eben Plattformen wie Dtube weiterzuentwickeln. Natürlich sind diese Sachen auch Open Source, das heißt, jeder kann sich daran beteiligen. Aber in diesem Fall sind auch Ressourcen, die natürlich auch wieder Kapital benötigen, dafür da oder aufgewendet worden, um die Blockchain-Technologie bei Steam weiterzuentwickeln. Des Weiteren ist ein großer Kostenfaktor gewesen, dass man die eigene API, das heißt, die Programmierschnittstelle, die Programmierer nutzen können, um mit Steam zu kommunizieren, kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Was heißt das? Das heißt, die ganzen Requests gegen diese Datenbank könnte man monetarisieren. Das machen andere Anbieter auch, zum Beispiel auch CoinMarketCap oder dergleichen. Das heißt, eine Basisversion ist kostenlos, aber wenn man mehr Informationen haben möchte, muss man sich einen Account anlegen und dafür Geld bezahlen. Das ist nichts Verwerfliches. Das würde zum Beispiel auch Steam guttun, also Steam guttun, wenn sie dies dann endlich einführen würden. Sie haben es aus Goodwill gemacht, dass die komplette API kostenlos ist, damit das Netzwerk weiter wachsen kann. In guten Zeiten ist das natürlich kein Problem. 2018 ist alles andere als ein gutes Geschäftsjahr, wenn man voll auf Kryptowährungen gesetzt hat. Des Weiteren sorgt der Bärenmarkt dafür, dass das automatisierte Verkaufen von Steam-Dollar, was das Unternehmen eben eingerichtet hat, um Kapital zu bekommen, es sorgt dafür, dass weniger Einnahmen da sind. Auch das schmälert den Umsatz und schlussendlich den Gewinn, den man wieder einsetzen kann, um weiterzuleben. Des Weiteren steigen natürlich auch die Kosten, um Steam-Notes am Laufen zu halten. Das heißt, Knotenpunkte, über die eben Transaktionen laufen. Das alles hat dazu geführt, dass 70% des Teams entlassen werden mussten. Der Rest des Teams sorgt sich jetzt darum, die Infrastruktur bzw. Steam am Laufen zu halten. Steam.com muss am Laufen gehalten werden, aber auch die API muss weiterentwickelt und am Laufen gehalten werden, um die Kunden eben am Ball zu halten. Das Team bespricht aktuell weitere Möglichkeiten, Kosten zu reduzieren. Dabei ist jeder Gedanke hilfreich. Auch unter dem Blogpost, den hier der gute.net verfasst hat, finden sich viele Beispiele, was man denn eben verbessern könnte. Unter anderem eben könnte man Werbung schalten, also Werbeplätze verkaufen. Net spricht auch noch davon, dass man Steemit oder Steemit-Plugins austauschen möchte gegen HiveMind. Dass man einen Pitchfork machen möchte, der Blockchain, um die Blockchain-Größe von 160 GB auf 0 zu reduzieren. Dann möchte man das Nutzerverhalten auswerten über die AWS, also die Amazon Web Services, über das das Ganze läuft. Und natürlich jede Möglichkeit von DevOps-Lösungen ist herzlich willkommen. Des Weiteren werden Test- und Staging-Umgebungen, das heißt die einzelnen Stufen, bis denn eben ein Produkt live geht, werden auch reduziert. Recht dramatisch wird es, wenn man einfach sich anschaut, dass Nett auch noch gesagt hat, aktuell geht es nur darum, um zu überleben. Ja, das Überleben an sich wird wahrscheinlich auch die nächsten Monate das Hauptziel von Steemit sein. Denn ein Ende des Bärenmarktes ist wohl erstmal nicht in Sicht. Natürlich können kurzfristige Bullruns mit ziemlich vielen Prozenten dafür sorgen, wenn dann clever gemanagt wird, dass Steemit einen ordentlichen Gewinn einfahren kann, den sie dann auch vielleicht in Fiat-Währungen umtauschen können. Wir werden sehen. Wir können Steemit bzw. dann eben NetScot nur alles Gute wünschen, dass das Projekt weiterlebt. Es ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Jeder sollte eigentlich Herr über seine Daten im Internet sein. Der aktuelle Bärenmarkt macht es dem Unternehmen alles andere als einfach. Den Entwicklern, die jetzt leider ihre Stelle verloren haben oder den Mitarbeitern, es müssen ja nicht alles Entwickler sein, den Mitarbeitern wünscht man natürlich alles Gute, dass sie schnellstmöglich wieder einen Job finden. Wenn sie relativ flexibel sind, denke und hoffe ich, dass sie in der Blockchain-Branche schnell wieder Fuß fassen werden. Auch dort werden händeringend eben Leute gesucht. Zum Schluss natürlich würde mich deine Meinung interessieren zu Steemit im Allgemeinen, ob du Steemit und seine Produkte schon mal genutzt hast. Was du dazu sagst, dass das Unternehmen 70 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen hat. Ob es nicht vielleicht andere Möglichkeiten gegeben hätte aus deiner Sicht, dann schreib es doch mal in die Kommentare. Wenn dir dieses kurze Video gefallen hat, dann lass einen Daumen hoch da. Nur so sehen die Videoplattformen, dass es sich um ein relevantes Video handelt und auch andere Leute es sehen sollten. Wenn du kein Video mehr verpassen möchtest und es werden noch viele interessante auch zu Security Tokens kommen, dann lass ein Abo da. Nur so bist du immer auf dem neuesten Stand. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal und dieses Video deinen Freunden und Bekannten weiterempfehlen würdest. Ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut!